und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen folge von subnautica subnautica eher subnautica egal beide schön und wie ich finde dieses game lohnt sich wirklich absolut wirklich essig zu holen momentan auf steam erhältlich als early access version und ich habe bislang noch kein spiel in der form gesehen dass den survival modus ja neu erfindet kann man fast sagen also man man kennt ja einiges zombies jagen zombies kloppen zombies verhauen nebenbei noch ein paar dinosaurier verkloppen also diese ganzen survival spiele deren ja sie machen auf am anfang spaß aber es ist im prinzip immer wieder dasselbe und subnautica muss ich sagen wow das macht laune das ist komplett was anderes ein komplett anderes gefühl und deswegen spielen wir es und deswegen bist du dabei genau du willst wissen wie subnautica ist und ich sage dir es ist toll es ist richtig toll gut soviel zum small talk wir haben hier immer noch was zu bauen aber dazu brauchen wir noch titan also klappern wir mal die gegend ab es wird langsam wieder hell da vorne glaube ich licht metall ja wir haben hier metall aufgenommen schaut hier aus quats 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 jetzt kann ich dir mal schnell was zeigen ruckel ruckel diese steine sind wirklich witzig das besondere an diesen steinen sind sind diese aufnehmbaren schweber dann nehmen wir uns jetzt mal die hier weg so schweber aufgenommen wer bist du verfault braucht man nicht krieg ich dich ja na komm mit hilfe von diesen schwebe dingern die man an steine platzieren kann können wir nämlich ja steine zum schweben bringen und da es hier eine etliche ach komm her na da es hier etliche höhleneingänge gibt die mit solchen steinen verschlossen sind können wir die anhand dieser schwebe blasen wegbekommen vorausgesetzt man hat genug man hat gen oh siegleiterfragment sehr schön na komm vorausgesetzt man hat natürlich genügend von diesen blasen super wir können einen seegleiter bauen das freut mich und hier haben wir mal salz das ist auch nicht schlecht aha wir tauchen mal wieder hoch oh wir haben schon wieder die strahlung im nacken es wird wirklich zeit für diesen anzug aber zuerst brauchen wir noch metall da unten ist was ja schrei nicht rum ich tu dir nichts du tust mir nichts so du wirst dir jetzt gereicht haben es wird anscheinend schon wieder nacht oder hier wird es ziemlich dunkel rum auch immer Tatsache da wird es dunkel hm seltsam aber wie gesagt es ist eine Early Assess Version bedeutet hier und da kann es noch ein bisschen klemmen ok ähm den nehmen wir wieder mit was wollte ich jetzt machen irgendwas wollte ich jetzt machen wir wollten glaube ich Titan machen ja so 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 gut die Tarn haben wir Desinfektionsmittel können wir machen das ist schön machen wir doch glatt mal denn mit diesem Desinfektionsmittel können wir nämlich natürlich eine größere Flasche Wasser herstellen schön machen wir gleich noch eine kleine und noch eine und noch eine noch eine so wunderbar wir haben Titan das bedeutet wir können unsere Station weiter bauen halt aber nicht mit dem Scanner hau nicht hin so jetzt aber bitte traumhaft was an ich muss mal ins Logbuch schauen was haben wir jetzt gerade gehört äh Log ähm ähm ok die Meldung kriege ich jetzt nicht mehr gut ja ist auch nicht so schlimm wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Räume und diesen möchte ich ganz gerne zum Lagerraum umwandeln für Ressourcen bedeutet wir brauchen Schränke und wir haben Schränke man spinnt schön Schaukasten brauchen wir nicht aber machen wir uns doch mal hier eine kleine Galerie mit Schränken mhm gleich hier am Rand einmal kriegen wir noch ja kriegen wir hin schön nebendran so nochmal nein da brauchen wir Quarz ja das geht also nicht das geht also nicht gut dann würde ich sagen holen wir uns noch ein bisschen Quarzi finden wir bestimmt irgendwann irgendwo irgendwie im Moment sehe ich keinen Quarz kein Quarz was haben wir hier Seegleiterfragment haben wir schon ich scanne es trotzdem ein damit es weg ist dafür kriegen wir nämlich auch zwei Titan was ist denn hier da ist Quarz und Luft das ist eine perfekte Mischung oh schön da oben auch ja ich weiß hier bleiben wir hier komm spuck aus ja ok sonst noch Quarz äh schaut nicht so aus hier brauchen wir auch ah doch hier brauchen wir auch definitiv mhm definitiv kommen wir hier raus ja wir brauchen hier definitiv eine Taschenlampe aber sonst ist es zu dunkel ok na komm komm schön und rein mit uns so na ja Treppe sollte man treffen äh jawohl kriegen wir noch einen? ja kriegen wir noch einen daneben schön macht doch langsam alles Fortschritte ich brauche auf jeden Fall jetzt mal einen Schluck zu trinken kleiner Augenblick so vielleicht sollten wir hier dennoch mal so eine Wandverstärkung äh äh dazu brauchen wir mal Lithium also noch keine brauchen wir hier ein Fenster nein weil es wird ein reiner Lagerraum was ist das? Schild ok Wandspind Wandspind können wir auch keinen mehr machen wir sollten uns hier unten nochmal einen Fabrikator hin machen dann brauchen wir zwei Titan Aquarium brauchen wir nicht Kommunikation haben wir oben noch Medikit brauchen wir auch noch nicht hier haben wir noch gar nichts ok ja gut dann hätte ich gesagt äh kann man das konnte man die nicht umbinden? ne warum kann man die nicht umbinden? sowas schlecht hm hm ah was muss das Werkzeug ändern ok dann machen wir hier mal die Titankiste finde ich gut ähm nur Kupfer ja Kupfer auch gut ähm Kupfer Silber Titan Kupfer Silber dann machen wir hier Quarz sehr schön damit das ganze mal gleich eine Ordnung hat können wir schon was einlagern hm 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 Quarz haben wir eins Silikongummi und sonst haben wir erstmal nichts also Quarz Quarz Schranköffnung Schrankbeschriftung Schranköffnung dann packen wir mal das Quarz in den Schrank was haben wir hier? Glas packen wir mal mit zu Quarz hm die Schweber haben wir noch den müssen wir wieder loswerden die können wir mal was trinken hm ja oh Gott dann Silikongummi das naja das machen wir woanders hin schön sehr schön dann gehen wir mal ein bisschen auf Ressourcen Ressourcen angeln allerdings hat man ja schon gemerkt dass hier langsam nichts mehr da ist soweit ich informiert bin spawnen die ganzen Ressourcen hier nicht also müssen wir uns ein bisschen weiter rumschauen und das bedeutet wiederum wir brauchen ähm Ausrüstung Schwimmflossen hab ich doch schon ok wir brauchen Pressluftflasche hm hier ist er der Sägleiter ok ok dafür brauchen wir Batterie Schmierstoff Kupferdraht und Titan Kupferdraht Kupferdraht brauchen wir zweimal Kupfererz gut da müssen wir jetzt langsam mal anfangen die Sandsteinbrocken zu zerkloppen ok ok dann brauchen wir brauchen Warte Schmier Schmier Schmierstoff Schmierstoff da da müssen wir wieder zu unseren Kumpels den Schnappis naja auch nicht schlimm ok hm 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 also ein bisschen Steine kloppen wenn wir denn welche finden ich tauche mal mal in D-Richtung ab da drüben ist noch Quarz das nehmen wir mit bevor ich jetzt hier ganz runter tauche da ist es einmal zweimal da drüben ist ein Brocken ähm wo war er? da und wir haben Kupfererz sehr schön da drüben haben wir Luft dann bleiben wir mal kurz äh was ist drüber? da ist nichts hier liegt auch nichts rum dummdi dumm da ist Salz nochmal Salz da ist ein Brocken Titan mhm mhm folgen wir mal der Form von dieser Struktur mhm 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 caustion 30 seconds oxygen remaining ich werde bloß mal meinen Kumpels hier ausweichen weil mhm es gibt so Pupse die braucht kein Mensch ok und wieder zurück oh Gott toll ich komme das nie mal zu dem Quarz wir nehmen erstmal den da drüben Ja, ja. Du siehst mich nicht. Okay. Also Quarz haben wir, glaube ich, jetzt genug gesammelt. Und es wird schon wieder dunkel. Halt, da ist noch was. Schnapp. Bisschen mehr Kupfererz, wenn nicht schlecht. Bist du was? Nein. Das ist aber jetzt doof. Doof, 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 doof. Seid ihr nachts auch langsamer? Komm, Gary. Äh, nee, ihr seid nicht Gary, aber... Ist ja glubschig. Ähm. Oh, ich seh nichts. Korallen, Korallen, Korallen. Hier geht's irgendwo rein. Was ist das? Ach, das sind wieder die Pupsis. Hm. Hier schaut's nicht so prickelnd aus. Und vor allen Dingen im Dunkeln ist es hier ganz doof. Weil... Ich möchte mich jetzt auch nicht verschätzen. Komm, ja. Okay, ich würde sagen, ich lade mal zwischendurch ein bisschen was in den Schränken ein. Schauen wir mal. Willkommen aboord, Captain. Ja, welcome back. Ähm. Wir hatten genug Quarz. Nein, ich will nicht. Nein, will ich doch gar nicht. Das will ich. Wir hatten genug Quarz. So, Quarz. Kupfererz. Hm. Kupfer. Da tun wir alles rein, was mit Kupfer zu tun hat. Also sprich... Das da. Wir haben einen Brocken Titan. Wir haben Silikongummi. Da würde ich aber ganz gerne... Halt, ich brauche nur so ein Krimskram. Ah, den machen wir am besten gleich hier hin dann. Okay. Ah. Ähm. Was brauche ich für... Was brauche ich für noch einen Schrank? Titan zweimal und... Ah, ich habe bloß einen. Okay, das geht nicht. Geht nicht. Nein, geht nicht. Hm. Ich sehe schon, wir müssen noch ein bisschen mehr sammeln. Ähm. Ja. Jetzt ist mal wieder Nacht. Gehen wir zurück zu unserer kleinen Nussschale. Wo ist sie? Da. Wunderbar. Äh. Wie sagt es aus? Können wir noch irgendwie... Können wir... Ja. Wir können einen gekochten Tiger machen. Also einen Glubschi und einen Gary. Dann würde ich sagen mal guten Appetit. Yum, yum. Yum, yum. Und... Und... Ja, eine Wasserflasche. Schön. Was haben wir noch im Lager? Haben wir da überhaupt noch irgendwas? Äh... Nicht wirklich was. Das lagern wir mal um. Äh... Dass wir später genug Platz haben für alles andere. Dann hauen wir auch mal die Schweber hier rein. Und die Korallen brauchen wir jetzt auch im Moment nicht. Silikon auch nicht. Und das behalten wir mal. Gut. Ja, ein Blick auf die Uhr. Die Folge ist schon wieder rum. Leider rum. Ich bedanke mich, dass du wieder zugeschaut hast. Einen Daumen würde mich natürlich unglaublich freuen. Wenn du noch kein Abo gemacht hast, das natürlich auch. Ansonsten bin ich über jeden Kommentar dankbar. Wenn irgendwas nicht passen sollte oder wenn du Fragen hast, frag einfach. Ähm, ja. Damit würde ich die heutige Aufnahmesession auch beenden. Mein Mund ist fusselig. Ich muss unbedingt was trinken. Muss unbedingt aufs Klo. Ihr kennt das. Man nimmt ein paar Stunden auf und vergisst komplett die Zeit. Also, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und würde mich wirklich riesig freuen, wenn du wieder dabei bist. Wobei, natürlich bei Subnautica. Also dann, bis dann. Cheerio! Ich freue mich. 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 Ich freue mich.